Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, begrüßt mit mir recht herzlich Philipp Pavlovich! Ah, how I come to the Barbego Show. Ah, how I come to the Barbego Show. Ah, how I come to the Barbego Show. Ich nehme die Hand, ich nehme die Hand. Danke für die Einladung. Gut sieht's aus. Wunderschöne Musik, geile Band hast du hier. Ja, ich dachte, ich gebe dir mal die Rose. Ja, super. Ist das okay? Das ist super, ja, das ist ja in Ordnung. Man kriegt sie ja immer. Ich will die mal verteilen. Weißt du? Ich will mal auf deiner Seite stehen. Ich will mal auf deiner Seite stehen, aber so ist auch okay. Erste Frage, lieber Philipp. Warum tut sich ein junger Mensch so attraktiv, wie du es bist? Ja, man sieht auch die Bilder gerne oben ohne von dir. Immer durchtrainiert, immer fesch und stylisch unterwegs. Keine Frau ab. Was läuft falsch? Was läuft falsch? Boah. Was läuft richtig, ist die bessere Frage. Also im Großen und Ganzen, man bewirbt sich natürlich auch in solchen Formaten jetzt wie bei der Bachelorette. Und du machst dir eigentlich gerade nicht so die krassen Gedanken, was eigentlich die Zukunft oder wie das dir an die Zukunft beeinflussen kann. Aber im Großen und Ganzen, klar, hast du dich da beworben, du willst die große Frau kennenlernen. Aber was das für einen Ansturm danach hat, kannst du ja nicht vorhersehen. Und umso bekannter du wirst, umso schwieriger wird es dann auch eine Frau kennenzulernen. Und ja. Ist das vielleicht sogar einfacher? Einfach, man nimmt so in einer Bachelorette teil. Ja. Man präsentiert sich quasi in der Öffentlichkeit. Dann müssten doch die Frauennummern von alleine kommen. Da brauchst du ja gar nicht mehr die Rose verteilen. Ja, aber komm. Oder Rose. Nee, Rose bekommen. Du musst ja die bekommen. Also die Nachfrage jetzt, ohne irgendwie oberflächlich jetzt irgendwie arrogant zu klingen, die Nachfrage ist natürlich da. Ja, aber... Achso, du hast Schwierigkeiten auszusuchen. Das hast du jetzt gesagt. Du kannst auch die Ladies zu uns einladen und wir suchen gemeinsam aus. Das machen wir, das ist ein Deal, okay? Ja, ich bin dabei. Super, dann mach ich später auch. Ich wollte schon immer Juror sein. Ja, super. Dann kannst du ja mal aussuchen. Aber nee, Spaß beiseite. Das Problem ist einfach, ja, eine richtige Frau an deiner Seite zu finden, ist halt schwierig. Wer möchte dich? Also viele sehen dich natürlich immer als Objekt und du bist der Fernsehertyp. Aber sowas Ernsthaftes, so wenn du so Smalltalking machst, redest du ja nur über deine TV-Geschichte, aber keiner möchte dich als Person kennenlernen. Und das ist natürlich immer so ein großer Unterschied zwischen Smalltalking und Ernsthaft kennenlernen. Ich bin Philipp und du bist Maria. So, Maria leuchtet auf Philipp zu. Welche Frage ist die erste, die Maria immer einem Philipp oder in diesem Fall der Philipp stellt? Oh mein Gott, bist du nicht da von der Bachelorette? Echt jetzt? Immer der Selbe. Ich dachte, echt? Immer der Selbe, ja. Ich wünsche irgendjemand würde mir das sagen. Hey, bist du nicht der Typ, weißt du, was bei mir immer kommt? Pass auf, meine Lieblings... Als es noch A Rant Tonight gab, ja, Late Night by Bedo ist ja neu. Erster Satz, mein Lieblingssatz, ey, bist du nicht der Türke aus dem Fernseher? Kein Scherz, pass auf. Nummer zwei, ey Dicker, ich kenn dich doch von der Vettel. Dabei denken die Leute, die kennen mich wirklich von der Straße. Und dann muss ich mal erklären, nein, vielleicht bin ich im Fernsehen. Aber ja, lass mal Selfie machen. Und jetzt kommt dann, pass auf, das ist ultimativ wieder passiv, kurze Ausgangsposition am Anfang. Als ich ja hier leider diesen blöden Vorfall hatte und alles wegkam, habe ich einen Schlüsseldienst gerufen. Pass auf, der Schlüsseldienst kommt zu mir nach Hause, Türke und ein Kasache. Gründel, mega sympathisch, liebe Grüße an das tolle Team. Hier, Grindelallee 68, ich mach ein bisschen mal Werbung für die Jungs, weil die waren mega lieb. Und dann, äh, müssen die bei mir einbrechen, bohren und alles austauschen, ne, weil der Hausschlüssel war ja auch weg am Donnerstag. Und dann sind die gerade fertig geworden, gucken die mich an, sagt der Kasache mit seinem wunderbaren Akzent, ich renne die Rose 14. Ich sag ja, während die Baustellen, also vor der Tür, waren die ganzen Werkzeuge und Bohrmaschinen, sagt er zu mir, zückt sein Handy und sagt, können wir Selfie machen? Also, es sind bei mir halt nur Männer, das ist dein Nachteil. Bei dir sind's auch die Frauen. Ja, wahrscheinlich sind die... Was mach ich falsch? Was machst du falsch? Du machst alles richtig, vielleicht sind die Frauen einfach nur eingeschüchtert von dir. Meinst du? Ja, kann sein. Ist das jetzt ein Kompliment? Also, es ist mal ein Kompliment, vielleicht wollen sie sich ansprechen, aber sind so, ne, ein bisschen schüchterter und deshalb kommen die Männer auf dich zu, weißt du? Oder vielleicht bist du so sehr mit Männern beschäftigt, Selfies zu machen, dass die Frauen gar keinen Bock drauf haben, vorbeizukommen, weißt du? Ah, da wär du wieder nur mit Männern, komm, wir gehen da gar nicht hin. Weißt du? Siehst du mal so. Ja, also irgendwas mach ich falsch. Ich weiß, dass du bei der Bachelorette, das war vor... Drei Jahren. Drei Jahren. Bist aber Dritter geworden. Dritter geworden. Dritter geworden. Wie war der Abschied eigentlich in dem Moment? Hast du noch Hoffnung gehabt? Also, will man das denn auch gewinnen? Pfff! Oder warst du froh, dass du nach Hause durftest? Also, ich hab ja alles, ich hab einen Tag verpasst. Also, im Endeffekt, es ging acht Wochen der komplette Dreh, du bist ja komplett von der ganzen Außenwelt raus. Ist das so, dass man... Du hast kein Handy, du bist ja... Stimmt das? Also, das steht nicht echt in der Zeit, sondern, Handy ist weg. Genau. Handy ist weg, du bist acht Wochen in dieser Villa eingesperrt und du kriegst halt keine Informationen von draußen oder von drin. Und ja, nach acht Wochen hast du auch gesagt, weißt du was, Digga? Scheiß drauf, hier mal zurück nach Hamburg. So. Und so war's dann auch, ne? Ich bin Dritter geworden, die war auch zehn Jahre älter als ich. Aber das weiß man doch vorher, oder nicht? Ne, du weißt ja nicht, wer die Bad Shredd ist. Ey, warte mal, ich dachte, wir wissen das nicht, aber... Nein, nein. Du weißt ja auch nicht. Dein Teilnehmer, weißt du es wirklich nicht? Weißt du es auch nicht. Ne, ne, du gehst ja da rein und erst wenn du diesen langen roten Teppich entlang gehst, siehst du, wer das ist. So, und... Das heißt, sie war... Oder sie ist zehn Jahre älter? Also, ich war zu dem... Zu dem Zeitpunkt war ich 23, sie ist 33 geworden, oder jetzt lüge ich vielleicht, oder 31, 32, ich runze einfach mal auf. Wolltest du schon auf einen halben Weg wieder zurückgehen? Aber ich hab überlegt, ob ich dich anlügen soll, ob ich älter bin. Ja, was meinst du, was ich meine? Ich kann ja ihr Sohn sein. Was weiß ich? Nicht, dass sie mich in der ersten Nacht direkt rausschmeißt. Aber ja, hab schon ein bisschen überlegt, zu schnacken, ob ich vielleicht ein bisschen älter bin. Hattest du mal eine ältere Freundin oder eine Partnerin? Einmal. Aber es geht ja gar nicht um mich. Frauen sind ja generell so, dass sie ältere Männer haben wollen. Und willst ja auch nicht direkt am ersten Abend nach Hause. Bei dem Abend hab ich auch die letzte Rose gekriegt, ne. Was war der Grund, dass du sie noch bekommen hast? Was glaubst du? Irgendjemand muss ja die letzte Rose hinkriegen. In dem Fall war es halt ich, ne. Aber du weißt nicht warum, oder? Oder hattest du so ein Gefühl? Nö, aber ich hab danach auch das erste Einzeldeck bekommen, ne. Also, plus, minus, nur gleich. Alles super gewesen. Ich mein, ich weiß, dass vieles gescriptet ist, ne? Gar nichts. Da ist nichts gescriptet. Also wirklich, das muss ich sagen. Also in jedem Reality-Format, wo ich war und ich war in einigen, da wird dir nicht gesagt, was zu machen ist. Also, die Leute wollen ja auch, dass es real ist. Das heißt ja nicht umsonst, Reality-Show. Du gehst da rein und, na klar, hast du dann gewisse Spiele, gewisse Aufgaben, wo dann auch Streit entsteht. Was völlig normal ist, ne. Aber da wird jetzt nicht irgendwie gescriptet und gesagt, du musst jetzt den oder den angreifen, oder du musst dich jetzt mit der verbinden. Gar nicht. Also, du bist da auf deiner eigenen Faust. Und wenn du einen Ausraster hast, hast du einen Ausraster. Wenn du dich in jemanden verliebst, verliebst du dich in jemanden. Hast du dich schon mal verliebt? Schwierig. Weißt du nicht nein, ne? Ja, also klar, ich war jetzt bei zwei Dating for One. Philipp hat vorher gesagt, ich darf ihm keine Fragen zu Frauen stellen. Das habe ich nicht gesagt. Ist alles scripted reality hier. Ne, ne, das habe ich nicht gesagt. Ja, das ist ein schwieriges Thema mit den Frauen, ne. Aber... Vielleicht sollten wir Ufer wechseln. Gerne. Wann immer du möchtest. Können wir gerne machen. Da siehst du, wie du im Steindam nur mit Vor- und Selfies machen, Alter. Jeden Tag geht er nur hin und her, hin und her, um mit Frauen zu machen, dass ihn irgendjemand erkennt. Bist du eigentlich großer Kinofan, Sineas, gehst du gerne ins Kino? Gute Information, ich sehe gerne Sino. Also echt, sind die wieder auf, oder was? Jo. Ja, stark. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Ne, gar nicht mitgekriegt. Du bist auch nur im Dschungel unterwegs. Ja. Ja. Mehr oder weniger. Was guckst du denn mal, wenn du mal so Zeit hast, ins Kino zu gehen? Was guckst du in dein Genre? Ich bin ganz schlecht bei Namen, sag ich dir ehrlich. Ich guck so... Also, ich bin so auch ganz gemütlich. Wenn ich so zwei, drei Schauspieler sehe, die ich kenne, gehe ich rein. So. Egal ob Action, Comedy... Ja, Action, Comedy, Horror, so... Bin ich auch raus. Bei Horror ist auch nicht so ein Typ. Bin ich auch, bin ich so der Typ. Also auch so einen kleinen Klacks. Meine Schwester hat mich damals immer erschrocken so. Ist bei mir drin geblieben. Aber so Action, Comedy, so der ganze übliche... Oder das übliche, verdächtige Programm halt, ne? Wer sind so deine Lieblingsschauspieler? Hast du Lieblingsschauspieler? Ja, Jason Statham. Der ist so mein... Ja, der Klassiker. Transporter. Leonardo Di Cabrio. Leo, mein alter Kumpel. Ja, kenn ich. Ja, kennst du den sehr gut. Warte in der Grundstule dann. Letzte Woche Kaffee trinken. Grüße an Leo. Aber so die beiden halt, ne? Das sind so... So The Rock. Auch ein geiler Typ. Und... Es sind meistens so Typen, die zu dir passen. So eine starke Männer. Ich bin ja... So schön mit hier Tattoo und so. Obwohl... Nee, Moment. Jason Statham hat kein Tattoo, glaube ich. Aber The Rock auf jeden Fall. The Rock ist auch voll, ja. Du bist ja ein fitter Mensch. Sportlich auch sehr viel unterwegs. Was machst du außer Fitness? Boah, ich muss sagen, die letzten sechs Monate habe ich, glaube ich, 14 Kilo abgenommen oder 12 über drei Mal. Also ich habe sehr wenig Sport gemacht. Gar nicht. Ich habe erst jetzt irgendwie vor zwei Wochen mal wieder angefangen. Aber sonst generell jetzt mehr oder weniger Boxen. Viel, viel Fitness. Aber jetzt mehr so auf Kampfsport spezialisiert halt, ne? Kampfsport, in welche Richtung geht das Ganze? Also nur Boxen. Nur Boxen. Boxen? Nur Boxen. Ich habe ja mitbekommen, dem alten Paul hast du ja einen aber hier gescheuert. Der Paul, ja. Der Paul Janke. Also ist ein guter Freund von mir. Also... Paul Janke, das war beim Promi-Boxen. Promi-Boxen. Und ich habe ja auch gleich um die Ecke getrainiert bei Korin Gebor. Liebe Grüße an Korin, ja? Ja, das war mein Coach. Also auch, was der aus kurzer Zeit aus mir rausgeholt hat. Und was man auch dazu sagen muss, Paul ist eingesprungen, ne? Also ich hatte eigentlich einen anderen Gegner, der dann abgesagt hat. Wer war denn eigentlich der Ursprung? Auch irgendeiner aus dem Fernsehen. Ach, braucht man jetzt nicht drüber reden. Und... Es ist so lustig, wenn du das sagst, irgendjemand aus dem Fernsehen. Also, falls du beim nächsten Mal Ersatz brauchst, kannst du mich gerne rufen. Ja, kein Problem. Ich komme gerne als Nummeren-Ball vorbei. Also Boxen. Oder sehen wir dich mal im Ring. Hättest du mal Bock, wenn wir dich anfragen würden? Zu boxen? Ja, zu boxen. Ich bin ja Ringsprecher. Bist du Ringsprecher? Ja, mach ich. Aber hast du mal Lust, die andere Seite zu sehen? Nee, lass mal. Hast du keinen Bock drauf? Nee, nicht wirklich. Ja gut, dann soll ich dafür beim nächsten Kampf, bist du mal Ringsprecher. Deal? Deal. Zeugen? Habt ihr gehört. Zeugen. So, meine Band ist hier, haben wir alles mitgemacht. Den nehmen wir auch gleich mit. Warum nicht? Hey, guck mal. Perfekt, pass auf. Ich mache den Ringsprecher. Nummerngirl 1, 2, 3. Jungs, ihr seid raus. Sorry. Du musst nur mit den Mitteln absprechen, das hat er gesagt, ne? Ich weiß ja nicht, wer von den Jungs ein Sixpack hat. Alle, die ein Sixpack haben, dürfen als Nummern Boy mit dabei sein. Guck mal die Hand durch, wer ein Sixpack hat. Das sind doch alle. Ja, also die Jungs sind vorbereitet. Die Jungs sind gleich sehr gut. Alles auf Sixpack unterwegs. Ich weiß aber auch, früher, das Spannende war ja auch, du bist ja schon wirklich immer sportlich gewesen. Wolltest ja sogar ursprünglich mal Fußball erwähnen, hab ich gelesen. Ja. Und hast sogar für Pauli gespielt. Pauli, ja, ich hab schon, ich hab ne gute Jugendarbeit gehabt, war sogar Jugendnationalspieler für Bosnien. Du warst Jugendnationalspieler für Bosnien? Ja. Ich hab sogar, glaube ich, acht Länderspiele gemacht oder so. U17, U19, ja, ja. Aber Bosnien, da kommst du auch so rein, ne? Also, ich weiß, kannst du dich mit der deutschen Nationalmannschaft vergleichen, weißt du? Aber, ja, ja. Ey, wir müssen da hingehören. Kommt jeder. Kommst du einfach hin, kennst du jemanden, der jemanden kennt. Nein, Spaß. Das ist so Balkan-Türkei-Style. Ja, ist entspannt. Ey, ist wirklich so. Abi, ich will dabei sein. Kennst du Ahmed? Kenn dich, Abi. Komm, Brüder. Genau so war das. Genau so war das. Aber das läuft bei uns immer so. Aber klar, du brauchst auch ein gewisses Talent, ne? Auch ein bisschen zu kicken und ein paar Euro schießen. Ich hab nicht vertragen. Ja, hab ich auch. War lange Zeit mein Job. Was war deine Position? Stürmer und Rechtsaußen. Ey, Stürmer. Eigentlich war ich Stürmer, aber ich war wirklich so ein schlechter Stürmer. Also von zehn hab ich zwölf nicht reingemacht. Sag ich dir wirklich. Und dann hat mein Trainer gesagt... Von zehn hast du zwölf nicht reingemacht? Ja, also sogar beim Aufwärmen hab ich nicht mal Tore gemacht. Sag ich dir ehrlich. Und irgendwann, ich konnte viel laufen. Ich war schnell, absolut rechtsaußen. War ich immer gut in Bewegung. Ich konnte halt laufen. Ich war so ein Ibiza-Olic halt, ne? Oh, großartig. Aber, ja, sehr, sehr guter Spieler. Aber im Großen und Ganzen hat's nicht gereicht. Und dann musst du halt in den Dschungel und Känguru holen lassen. Weißt du, dass ich mit Ibiza-Olic gemeinsam in Istanbul beim Besiktas-Spiel war? Pass auf. Das ist auch kein... Das ist Reality. Ibiza-Olic ist ja sehr gut befreundet mit einem sehr guten Freund von mir. Ja. Kennst du? Der Freund eines Freundes ist mein bester Freund. So ungefähr. Der Lieblingsspieler ist in Hamburg-Olic. Richtig. So, und dann hat mein Kollege mir gesagt, du, ich bin ja großer Besiktas-Fan. Black Eagle. Ja. Immer Black Eagle gewesen, wird sich auch nicht ändern. Und wer ist mein Lieblingsspieler bei Besiktas-Istambul? Domagoj Vida. Ja. Kroatischer Nationalspieler. Verteidiger. Nummer 24. Mein Lieblingsspieler. Aber wie kann ein Verteidiger dein Lieblingsspieler sein? Was bringt der, was macht der für Action? Was bringt der denn ins Spiel so? Der ist ja eigentlich immer nur da. Alleine die Art und Weise, wie der Typ um den Ball kämpft. Das ist, es ist mega krass. Ich vergöttere diesen Typ. Fein, die töten ihn auch? Pff. Der wird, der ist der Popstar. Oder einer der Popstars bei Besiktas-Istambul. Und das Geilste ist, er trägt Nummer 24. Das macht ihn für mich nochmal besonders. Weil in der Türkei sind die Städte nach Nummern aufgezählt. Also wie in Hamburg, haha, steht für Hamburg. In der Türkei ist zum Beispiel 34 Istanbul. Ja. Und 24, jetzt kommt's, warum der Typ für mich noch cooler geworden ist irgendwann, als er die 24 angefangen hat zu tragen. 24 ist nämlich die Nummer meiner Geburtsstadt, Erzincan. Tada! So macht das Ganze für mich einen Sinn. Hat vielleicht für dich keinen Sinn, aber für mich hat das Sinn. Das ist das Wichtigste. Was machst du auf Social Media eigentlich? Nur Instagram. Nur Instagram. Weißt du, was ich letztens gesehen habe? Hauen wir raus. Das ist mega. Ey, man glaubt das nicht. Wenn dieser Typ auf Instagram Storys postet, dann schauen folgendermaßen, kein Scherz, 50 Cent und Messi schauen sich deine Storys an. Digger, ich will das auch. An dem Tag, wo Messi meine Story anguckt, hör ich mir Instagram auf. Ja. Wie kommt denn das? Ich muss dazu sagen, das kam ja auch vor sechs Monaten ganz groß in die Presse damals mit Eminem, wo ich in den Dschungel reinkommen bin. Was Eminem hat auch dein... Hör zu, das ist eine ganz, ganz witzige Story. Dann war ich ja komplett blondiert. Komplett. Du hast eh schon einen leichten Taschen. Nee, nee, ich war komplett. Also meine Haare waren genau wie er damals. Und dann hat auch RTL mich immer als Eminem... Die haben mich auch, wenn ich in den Dschungel reinkommen bin, haben die nicht Philipp gesagt, sondern Eminem. Und irgendwann wurde ich halt immer gepostet, gepostet und dann hab ich ihn auch mal markiert und gepostet, da hat er auch drauf reagiert. So auch ganz lustig. Wurde auch verfilmt und dann haben die das gesehen und... Haben die es auch mal repostet oder? Nee, gerepostet nicht. Nein, nein. Ich hab die ja nicht... Ja doch, markiert hab ich sie auch. Also gerepostet nicht. Nee, nee. Also funktioniert das? Man muss oft genug Leute markieren? Ich glaube, bei mir war es halt so, weil es auch der Drang war halt. Von jeder Ecke war halt Eminem und Philipp, Eminem und Philipp. Und dann wurden halt Bilder... Also wir sehen uns ja gar nicht ähnlich. Aber weil ich halt die Haare wie er hatte halt, ne? Und so kam es halt dazu, dass es mal... Wem sehe ich denn ähnlich? Ich würde auch gerne jemanden markieren. Dicke Brad Pitt, Alter. Ja, warum? Du fragst mich, ich sag's dir. Warum nicht? Baba, weißt du was? Ich werde jetzt eine Woche lang jeden Tag eine Story posten und werde Brad Pitt markieren. Ja, warum nicht? Bis zu dem Tag, wo er sich die Story anguckt. Und wenn er es macht, werde ich das nächste Woche im Fernsehen zeigen. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Jeden Tag. Wenn ich aber auch eingeladen werde. Ey, Brad, my Bro. Weiß nicht, reden dann die Amis so miteinander? Brad, my Bro? Ne, weiß ich gar nicht. Apropos Brad, my Bro. Du hast dich jetzt qualifiziert für die Jubiläumsausgabe. Kann man wohl sagen, oder? Ist doch nächstes Jahr soweit. Ja, das Jubiläum. Es gab ja dieses Jahr kein Dschungelcamp, den klassischen, sondern die Dschungelshow. Ja, und da hast du ja quasi das goldene Ticket gewonnen. Erzähl mal, wie war die Phase eigentlich? Ja, also... Hast du noch Markenprobleme? Ja, Digga, ich glaube, also... Ich muss dazu sagen, also das richtige Dschungelcamp, hätten wir uns natürlich alle drüber gefreut. Aber dann kam halt, durch Corona hat es ja alles nicht funktioniert. Und dann musste man in Deutschland bleiben. Und dann gab es halt eine Assatshow. Die ist dann die große Dschungelshow. Und ja, ich war halt mit zwölf starken Charakteren da. Und Problem ist an der ganzen Geschichte, kann halt nur einer gewinnen. Und das war auch wirklich für mich das erste Mal an der Show, wo die Zuschauer für dich entscheiden halt. Ich habe auch davor irgendwie schon zwei Shows mitgemacht und auch gewonnen. Aber halt durch eigene Verantwortung, sage ich mal. Weil ich mich selber da durchgekämpft habe. Aber das erste Mal haben halt Leute für dich entschieden. Und ich muss auch sagen, im Haus, wo wir dann waren, haben wir halt immer Prüfungen gehabt, wie mit Schlangen oder was weiß ich. Wir wollten immer Essensprüfungen. Aber was ich da gegessen habe. Ich weiß nicht, hast du dir das Finale angeguckt? Boah. War das nicht mit deinem Finale nicht Gehirn? Kuhgehirn. Kuhauge. Und das waren Eier. Da bekommt der Spruch, ich küsse dein Auge, eine andere Bedeutung, oder? Ich küsse ja. Ich habe ja immer gesagt in der Show, ich küsse deine Augen. Und dann muss ich die, jetzt ess meine Augen. War aufentspannt, ne? Also die haben das im wahrsten Sinne des Wortes halt, ne? Dann lag das Auge aufentspannt. Und hast du reingebissen? Mhm. Ich weiß nicht, also musst du… Allein der Gedanke… Sorry, oh. Ich habe gekotzt. Also du musst dir vorstellen, ich habe da meinen Teig versucht zu essen. Und dann war erst mal Finish und meine Partnerin, die dann gegessen hat, konnte nicht, weil ich so oft gekotzt habe und gewirkt habe. Du warst im Finale mit dem Botschafterluder, ne? Ja, genau. Mit der Jamila. Jamila Robe. Ja, genau. Super Frau. Ehrlich. Also sehr, sehr tolle Frau. Und die konnte halt nicht wegen mir essen, weil ich die ganze Zeit in diesen Arme gekotzt habe und so, ne? Also man sagt ja, ich habe mich ins Finale gekotzt, ne? Und ja, dann war schon sehr, sehr lustig. Blöde Frage, aber wonach schmeckt eigentlich so ein Gehirn? Also scheiße ist nichts dagegen. Das Gehirn, das Gehirn ist… Ich habe vorher so ein vergammeltes… Seid ihr noch alle da? Ja, also ich bin auch ein sehr schlechter Esser. Ich muss vorher noch ein paar Tüten verteilen. So wie im Flugzeug. Damit die Leute verstehen, wie schwer es für mich ist. Ich esse ja noch nicht mal Sushi. Sushi ist schon für mich so würkreis. Echt? Ganz schlimm. Ich liebe Sushi. Und ich muss dann so ein Ei essen. Oder so ein Auge. Und das kannst du nicht vergleichen. Beim Auge hast du reingebissen und dann ist da irgendwas geplatzt und da ist dann nochmal Flüssigkeit rausgekommen. Und dann kannst du dir vorstellen, was los ist halt, ne? Aber ich habe mir den Sieg durchgekaut, sag mal so halt. Und dann war ich dabei. Letzte Frage… Oh Gott, das ist mir voll übel. Boah. Wonach… Woran denkt man da eigentlich, wenn man so ein Auge isst? Blöde Frage. Aber du musst dich ablenken. Digga, schluck den Scheiß einfach runter. Weißt du? Aber das Problem ist, du kriegst das so fett… Also fettrig ist das falsche Wort, aber du kriegst es nicht runter. Du kriegst es nicht runter. Wenn du es runter schluckst, kommt es wieder hoch. So halt, ne? Und sobald du kotzt, kriegst du halt den Stern nicht halt, ne? Und erst da weißt du nicht, auf was du dich da eingelassen hast. Also hättest du Scheißessen und Kim würde keinen Unterschied machen. Zum Gehirn. Oder zum Auge. Ja, vielen Dank bisher her. Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück. Oh Gott. Ist voll schlecht. Super. Hast du schon mal bei… Würdest du bei so einem Casting nochmal mitmachen? So der ist der ist oder so? Wieso nochmal? So Mutprobe. Äh… Ich bin verrückt, ich mach alles. Also ich bin für jeden Scheiß zu haben, aber… Du musst ja nur einen Rapsong von Eminem auswendig lernen. Ich hab auch einen Song gemacht, mit Video sogar. Aber damals sogar mit RTL zusammen. Die haben uns so ein bisschen unterstützt. Also wär das was für dich? Nein. Also ich hab's einmal gemacht, hab mir keinen Song über mein Auto gemacht. Der weiße AMG war das. Der weiße AMG. So, jetzt können's alle mal auf YouTube googeln. Das ist auch noch on, oder? Der ist auch online, ja. Also, wenn ihr schon immer wissen wolltet, ob der Philipp performen kann, schaut mal gerne vorbei. Und wenn ihr schon mal online seid, falls ihr diese Sendung verpassen solltet, gar kein Problem. Auf YouTube findet ihr natürlich unsere Mediathek. Da gibt es natürlich die Highlights und die weiteren spannenden Rubriken von Bybedo. Die Musik war's right into your heart, into your left.